Willkommen zu Kästern Nummer 1 unseres Adventkalenders und zwar ist es schon fast Tradition, dass wir Roblox zocken. Dieses Mal Broken Bones, ich liebe den Modus. Das Game ist unfassbare drei Jahre alt, also das Game nicht, dieses erstellte Game ist drei Jahre alt und ich liebe es jedes Jahr, wenn wir es wieder zocken und abonniert gerne den Channel für mehr Adventkalender, aber auch gern für mehr andere Sachen. Ich habe viel geplant und ich hoffe, wir kommen rein. Ich kenne das ja noch. Uh, da wurde ein bisschen was überarbeitet. Ich kenne das nämlich noch ein bisschen anders mit, okay nein, das hat sich einfach nur nicht aufgebaut. Lasst uns rein starten, abonniert gerne den Channel, schaut auch gerne auf TikTok und Instagram vorbei und wir sind hier in Broken Bones. Einfach mal so genial, das sind so Vibes von damals. Hüpfen wir mal das erste Mal runter. Ich habe keine richtige Strategie hier. Es heißt einfach nur, oh mein Gott, Knochen brechen und leiden. So, zurückziehen war, okay, das war, glaube ich, kein guter Versuch. Zu unserem besten Versuchen damals hatten wir ja viel, echt so viele Knochen, wobei 131, 139 ist schon okay, würde ich sagen. Wir haben sehr wenig Kohle, aber ich möchte das natürlich mit euch, ähm, ja, weitermachen hier. Schaut auch unbedingt gern, wie gesagt, auf TikTok, weil da habe ich auch ein bisschen was geplant, also, ähm, aber ich bin mir da noch nicht ganz sicher, ob das alles so, oh mein Gott, Bewusstlosigkeit. Noch ein bisschen weiter rechts hätten wir noch mehr Sterne. Hier sind wir leider, äh, sind wir leider ein bisschen, ach, das wird scheiße. Ich, oh mein Gott, Delirium. Das kann gut werden, das kann sehr gut werden. 45.000 und wir haben auch nicht die Spezialfähigkeiten, äh, also diese, ähm, die wir mit, okay, das ist die falsche, links drei, genau, die wir hier aufmachen. Wir machen hier mal Firework. Boah, jetzt schon 100, oh mein Gott, ja, wir fliegen in die richtige Richtung. Okay, aber konnten wir hier nichts mehr übersteuern. Ja, das ist okay. Ja, ist okay, wir machen jetzt nicht mit dem Meisterschaden. Ich meine, wir werden sicher verdammt viele Po. Nein, hier auch noch in, mein Gott, das war ein perfekter Versuch, das war richtig gut. Und, komm schon, 45.000. Okay, das war überraschend wenig. Überraschend wenig. Ähm, wir werden hier rüber hüpfen, weil ich genau weiß, dass hier die richtig großen Sterne sind. Und, zack, oh mein Gott, 93. Hier nochmal, die nehmen wir auch mit die Kante, aber nicht liegen bleiben. Und jetzt, genau. Runter, 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 runter. Ja, komm, 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 komm. Oh mein Gott, das ist einer der besten Versuche überhaupt. Komm, 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 komm. Zurückziehen und, yes. 160 Knochen gebrochen und 138 Doppelte. Das, das kann 32.000. What? Okay, wir sind, ähm, ja, ich bin ein bisschen im Use, ähm, das ist nicht das, was ich mir erwartet habe. Alter, das geht aber schnell. Halleluja, das geht schnell. Nehmen wir den Pfeil mal. Hä, was ist der Pfeil? Der Pfeil ist abbrechen? What the fuck? Habe ich den Pfeil jetzt wieder ausgewählt? Ja. Was hat mir der Pfeil gebracht? Ach so, ich Idiot. Hä, man bricht jetzt auf B ab. Ich wollte nur, okay, das war natürlich jetzt alles andere als gut. Das war natürlich alles andere als gut für mich, Idiot. Äh, wir werden das hier mal ausprobieren. Und ich steuere jetzt unseren Hansi hier. So, komm schon, Hansi, mein Gott. Oh, ja, ist okay. Ist okay. Dass ich Idiot, Idiot die Sprung, äh, die Sprungfedern verschießen habe, war natürlich jetzt nicht so optimal. Ich hätte echt gern die Sprungfedern mit dem Feuerwerk, ja, verbunden, aber das wird heute nicht mehr gehen. 160. Beim zweiten das erste Mal, mehr ist beim ersten. Und jetzt gucken wir mal, das gibt 48.000 Punkte. Wir haben jetzt schon, einfach so in den paar Minuten, so in diesen drei, vier Minuten, haben wir einfach schon mal eine halbe Million erspielt. Und mein Ziel ist natürlich, endlich mal ein bisschen mehr, äh, Fähigkeit. Äh, ja, das könnte gut werden. Das kann sehr gut werden. In sieben Minuten gibt's schon wieder Feuerwerk. Das schaffen wir heute auf jeden Fall noch. Und genau hier. Ja, ja, blaue Hände. Wir sind Schlumpf. Und runter. Ja, okay. Kann aber trotzdem viele Punkte geben mit dem Schlumpf hinten hier. 52.000. Also so gut hatten wir es noch nie. Äh, das ist echt hier eine gute Sprungchance. Ich hab früher immer nur für den unteren, äh, ich hab immer nur die unteren benutzt, aber das kann sehr gut werden. Ja, ich glaube, das wird nichts mehr. Doch, 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 doch. Hier noch einmal die Ecke mitnehmen. Yes, Mann. Und jetzt im freien Fall geht's direkt in die Sternenmoor. Ja, perfekt. Das war ein sehr guter Versuch. Ich mein, 145 Knochen. Wer sagt da nein? Gucken wir mal. Und es sind 34.000. Okay. Okay. Ja, okay. 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 Oh mein Gott. What the fuck? Hier einfach mal 40 Knochen auf einem Mal. Ja, das war auch gut mitgenommen, aber ich glaub hier, ja, 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 nochmal runter, ja, 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 bam. 100, komm, 200, zwei Knochen. Okay. Wir hatten heute echt Lack. Also das, der, der, der Lack ist da. Auf jeden Fall. Okay, 35.000. Das, ich versteh nicht genau noch, was, ich mein, es wird natürlich nach der Entfernung, ähm, wie weit, man fliegt uns weiter, aber wir sind halt, ich denk mal, wo man nur fliegt, äh, so wie wir jetzt, äh, wirst du nicht so viel verdienen, wie wenn du halt entlang schlitterst. Äh, ja, okay, das war ein schlechter Versuch. Das war sehr schlecht. Ja, wir schaffen nicht nur die 100 Knochen, oder? Und jetzt gucken wir mal, was das hier bringt. Verdient natürlich nur 19.000. Ähm, yo, gucken wir mal. Ich springe hier noch ein, zwei Mal. Im Schnelldurchlauf. Cut. Nein, er hat hier so, ach man, es gibt trotzdem 25 K, obwohl wir nur diese paar Meter geflogen sind. Jump. Das kann gut werden. Das kann sehr gut werden. Wir fliegen im freien Fall wie eine Rakete zurück auf die Erde. Raum schon, rauf hier. Rauf, rauf, rauf. Oh mein Gott. Was, das kann sehr gut? Nein, noch hier noch. Okay. Ja, das war, ja gut. Okay, okay, okay. Ich hab gemerkt. Der Versuch war, hat sich besser angefühlt, als er war. So ein bisschen den Glanz verloren hier. Wir fliegen hier mit drei, mit 200 MP. Oh mein Gott. Disco-Modus. Der Disco-Modus. Ich glaub, da sind 100 K drin, oder? Sind da 100 K drin? Oh, 132 K, Mann. Der Disco-Modus. Halleluja. Haha. Oh, du heilige Scheiße. Komm schon. Feuerwerk. Nein, zwei Minuten noch. Verpasst. Scheiße. Hier nochmal ein leichter Disco-Modus, aber Halleluja. Der hat alles gegeben. Ja, okay. 109. 30.000. Ist okay, ist okay, ist okay. Ist es nicht. Ist es bei Gott nicht. Mann. Die 30 K sind nicht so gut. Nicht so lecker. So, nächster Sprung. Ja. Ja. Ich glaub nicht, dass das gut wird. Ja, ist okay. Ist okay. Guck. Ich probier halt immer den perfekten Jump hier, oder den perfekten Versuch, und das ist halt meistens nicht so einfach. Weil du brauchst halt auch das Glück, das mit dem Kopf aufkommt, dass es dann halt so, so, ja, so, keine Ahnung, so Feuerwerk gibt. Apropos Feuerwerk. Nein, eine Minute noch, Leute. Ein paar Mal, ein, zwei Mal noch springen, dann haben wir es. Ja, ist okay. Komm. Nicht, nur nicht liegen bleiben. Bitte nicht liegen. Ja, nicht liegen bleiben. Bis ein paar Meter. Es wären noch 30. Ja, komm. Ist okay. Sag ich ja. 30. War ein perfekter Versuch. 140.000. Ach, 36, Mann. Ich bin hier in meinem Hintergrund. Schreibt's gerne in den Kommentaren. Ich weiß nicht, ob ihr den jetzt sehen könnt. Ich bin eigentlich, ich wollte den auf 2 Mal auf. Da, jetzt, Leute. Jetzt wird's was. Ah, nur 20 Sekunden noch. Ja, wieder Disco. Ja, der Schlumpf wieder, der Schlumpf. Zweimal der Schlumpf. Wer hat nicht Glück? 56.000. Und einen Sprung noch, dann haben wir die Million. Dann kommt noch der Sprung mit... Obwohl, nein, wir werden dann noch probieren, uns mehr Schaden zu kaufen. Und dann natürlich das Feuerwerk. Ich glaube, mit einer Million... Ich bin mir gar nicht sicher, ob man mit einer Million hier überhaupt viel anrichten kann. Komm! Ja! Ja, naja, gut. Okay. Der Versuch war schlecht. Aber wir haben die Million. Wir gehen kurz in... Ach, das war das Falsche, oder? Ja, das war das Falsche. Einkaufen. Genau. Wir kaufen uns hier Upgrades mal ein. Man könnte das Pause-Level... Das Pause-Level kann man upgraden auf Level 30. Okay, das braucht kein Mensch. Ja, wir machen entweder Sprints oder Verrenkung oder Flugkontrolle. Oder... Luftgeschwindigkeit braucht eigentlich kein Mensch. Das heißt, wir werden einfach mal ein bisschen dazukaufen, oder? Achso, man kann nun mal die upgraden. Das sind Roblox, oder? Das ist In-G. Diese In-G-Währung, die kreuzt mich auch ein bisschen an. Okay, das heißt, wir können eh nur noch diese Sachen machen. Dann machen wir das hier. Ähm, das hier. Das hier. Und wir haben keine Kohle mehr. Perfekt. Und gehen mal nochmal auf Play. Und jetzt probieren wir unseren letzten Sprung. Hoffentlich wird der was Gutes, Leute. Falls es gut ankommt bei euch, werde ich auf jeden Fall nochmal im Advent-Kalender... Oder beziehungsweise werden wir nochmal eine Runde hier starten. Wir haben ein bisschen überall dazu gekauft. Ja, und man sieht, es ist wirkt. Wir haben jetzt schon... So, und jetzt kommt noch der Feuerwerk. Nein, ich trottel hab's abgebrochen, Mann. Das ist so ein Bug. Man drückt da rein. Ach, Mann. Für das habe ich jetzt 10 Minuten gewartet. Schade. Ich wollte reindrücken. Und das springt sofort ins Pause-Menü. Hä? Ich wollte... Man kann's denn... Nein, nicht kontrollieren. Egal. Ach, Mann. Das ist scheiße. Das ist ein kleiner Bug in dem Game. Also, das gefällt mir gar nicht. Aber probieren wir... Vielleicht schaffen wir hier nochmal einen sensationellen Sprung. Nein, das war's. Gut. Dann noch einer. Der letzte Finale-Sprung. Der hat uns hier... Uh, 30.000 immerhin gebracht. Gerne. Und jetzt kommt der letzte Trommelwirbel. Oder beziehungsweise der Glöckchen-Wirbel. Äh, der Glöckchen-Sau. Los geht's hier. Und wir fliegen das erste Mal. Oh, mein Gott. Das erste Mal schon Delirium. Und jetzt geht's runter. Wenn ihr mit dem Kopf aufkommt, ist es gut. Wenn nicht, dann ist es auch okay. Ist okay. Ist okay. Wir fliegen ja sehr weit noch. Da drüben. Oh, das ist okay. Unser Körper hat Gummi. Sprungfehlerne eingebaut. Gut, Leute. Ich wollte was mal. Mach gerne das Plus weg. Ähm, na. Einen noch. Einen noch. Ich kann's nicht ertragen. Einen noch. Der letzte, Leute. Der letzte Sprung. Bup. Okay, da war nichts okay. Und jetzt runter. Runter hier. Runter. Komm. Rein da. Ja. Okay. Und. Ja, das war gar nicht okay. Das war ein scheiß Versuch. Warte, ich war. Wie lang war ich schon nicht mehr hier? So, Leute. Vielen Dank. Äh, das gibt, glaube ich, nichts mehr, oder? Nein, nur 25.000. Abonniert gerne den Channel für mehr Trendkalender. Schaut auch gerne unbedingt auf TikTok vorbei. Und auch auf Instagram. Links sind wir alle unten in der Bio. Vielen Dank für's Zuschauen. Bis morgen und ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.